Sie kennen kein Deutsch. Sie spricht französisch. Très bien. Wir haben uns in Bordeaux. Sie ist Frauke, oder? Ja. Jetzt ist die ganze Zeit gefilmt. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Meine Frau. Dieses Geburt ist sehr schön. Ein Ort am Kaiserbaum. Meine Frau ist sehr 궁금. Ja, wir können... Oder wir gehen hier rein. Ja. Nein. Auf koreanisch? Nein, bedeutet? Yes. Es ist so anders. Ja. Ja, es schmeckt... Es schmeckt... Es schmeckt... Es schmeckt gut. Haben Sie Kinder? Nein. Nein? Nein. Das ist für Geralt, oder? Ja, klar. Wenn Leute hier kommen, um Wein zu kaufen. Und sie haben Kinder dabei. Wann gehen wir nach Hause? Ich habe keine Lust mehr. Mir ist langweilig. Dann habe ich gesagt, wir müssen etwas machen für Kinder. Ja. Dass wenn die Eltern da stehen und probieren und trinken, dass die Kinder etwas zu tun haben. Ja, und dann ist es so, die Eltern haben den Wein probiert, die Kinder spielen und wollen noch länger spielen. Und die Eltern sagen zu den Kindern, ich will nach Hause. Ja. Ja. Du bist ein Bierkong, oder? Du bist ein Weinbierker. Nein, er ist ein Drinker. Ja. Ja. Multi-talent. Ja. Multi-talent. Ja. Ja. Und ein Marketer. Und ein Salesman. Wow. Ich habe gesagt, du bist ein YouTuber? Ja. Du bist ein YouTuber? Ja. Ja, das ist mein Job. Ich bin ein YouTuber. Ich habe nicht eine Wien. Einige Wien wissen nicht. Was das tun? Ich habe viel zu aufgeben. Ich habe einiges Wienes 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 Wienes. Das stimmt nicht. Ich habe ein paar Wienes Wienes Wienes. Ich habe einen kleinen F breaking, einigen Wienes Wienes. Welcher würdest du den ersten? Schiff? Schiff? Das ist die Ordnung. Von links zu rechts. Dankeschön. Oh, ich nehme sie. Grauburgunder. Trocken. Binokrie. 2020. Zum Wohl! Dankeschön! Es freut mich. Schön. Danke. Danke. Ich liebe sie nicht gewinnen. Ich liebe sie. 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 Ja? Ja? Wir haben drei Qualität. Okay. White Capsule ist die Basis wine. Und wir haben die Violet Capsule. Es ist die Mitte. Und die Topsegment ist die Golden Capsule. Okay. Sehr oft in Deutschland, Golden Capsule bedeutet, sweet wine. Sorry. Wir haben die Top White in Gold. Aber es ist sweet wine. Okay. Okay. But now try one so far. And this is the... Weissburgunder now? Uh-huh. Weissburgunder. Weissburgunder. Pinot blanc. Ja. Okay. Oh, okay. Okay. Du bist so schön. Oh! Okay. Oh-oh. Okay. Oh-oh. Very. Very good. Very good. Ja, das ist für den Rest des Fermentations. Für die freshness, oder? Ja. Aber du hast das mit Gauburgunder gemacht, oder? Das war eine Jahre alt. Das war in 2020. Und du hast auch gesagt, bei Weisbegunde ist es ein Moher. Wir lieben es ein bisschen. Es ist sehr unterschiedlich für die französische Wien. Aber viele französische Wien machen das. Ja, das war auch. Ja? Ja. In der Süddeer Partie, in der Languedoc-Russillon, in der Süddeer Partie, Loire, das auch. Das Chignon Blanc. Und Muscadet. Muscadet, auch. Und das auch mit Cabernet Franc. Ja? Ja. En Rouge? Ja, En Rouge. Und natürlich auch in Beaujolais. Beaujolais ist ein frisch, fruittes, oder? Ja. Ja. Ich spreche nicht auf Beaujolais Nouveau. Nein. Ja, aber einfach auf Beaujolais. Appellation Beaujolais. Ja. 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 Das ist Languedoc-Russillon. Ja. 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 Ich weiß nicht nicht 민� . Na, ich weiß nicht nicht so really. Ich sta ga nach oben. Der zweite Mal ist es ein bisschen besser, aber es ist ein bisschen besser. Es ist ein bisschen schönes Gefühl, ich denke, es ist ein bisschen besser. Ich denke, es ist ein bisschen besser. Der erste Mal? Der zweite Mal ist es gut. Es ist gut. Haben Sie keine Probleme mit dem Namen? Weingut, Geiselbaum, Hammel, Hundinger? Too long? Es ist ein bisschen besser. Particularly für Asien, es ist unmöglich. Hammel, ist es Ihr Vater's name? Es ist meine Grandmother's name. Sie hat meine Grandfather. Sie hat meine Grandfather. Ja, ja. Your Grandmother got married to your Grandfather. Und dann hat sie den Namen Hundinger. Okay. Zum Beispiel, wenn du Bino Blanc schreiben kannst. Trocken. Kannst du das machen? Ja, das ist möglich. Für den Asianischen Markt ist das ein Problem. Zum Beispiel, ich habe ein Wein von meinem Freund. Weingut am Kaiserbaum, Hammel Hundinger, Weißburg und Trocken. Das ist sehr einfach. Das ist für mich ein Stückchen. Das ist nicht möglich. Für den Asianischen Markt ist es nicht möglich. Die Franzischen Leute machen das auch. Sie haben eine Wienerische Name, eine größere Parcel Name. Ja, ein kleineres Name. Sie machen es wie, Hammel Hundinger, Sons und Grandsons und Grandsons Winery. Darf wir gehen? Natürlich. Das ist der Grund, warum du die Letters bringst. Ja. Es ist genug für eine Decoration. Niemand sieht unter meinem Skirt. Bitte. Weißwein? Weißwein? Ja. Sunset. 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 Das ist gut. Alles gut. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Hier ist die Küche. Oh, hier ist die Küche. Hier ist die Küche. Und hier sind die Mitteln. Das ist die Küche. Kaiserbaum. Ja. Kaiserbaum, ja. Warum? Du siehst wie eine schön, drunken, blöde, 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 blöde. Das ist eine sehr spezielle Gefühl. Du wirst wien, den Ruf, mit deinem blöde, mit deinem blöde, Ja. Was? Hi. Where are you from? From South Korea. We just had a Sunday lunch and some dinner. So enjoy time. My wife was asking me, was she totally naked? I didn't dare to look. Good decision. I only saw his shoulders.